Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spiele ich Shootout in Rodox. Ich kann das Spiel auch natürlich in die Bio verlinken und es ist ein nice dieses Spiel. Ich spiele es aber auch richtig geil. Wo ist denn diese Späße als Arsene? Autsch. Autsch. Das hat mich aber echt schön gut gekühlt. So schlecht war der nicht. Und oben sieht ihr mich, der gerade im Moment erster Platz ist. Also ganz links ist. Ja, und es tut ihr noch immer. Guck, guck, guck. Ach, das ist ein bisschen drin. So, dass man nicht nach hinten rollen kann. Und dann ist das nicht drin. So, ich weiß nicht, dass es nicht mehr drin ist. der war schön Aua Oh, diegah. Nein. Und unten knettert auf einmal... Schei... Ach, da haben wir gestohlen, ey... Gewonnen... Zehn Minuten Video... Ne, ich spiele noch eine Runde... Und es sind dich, mein Freunde... Hm... Ja, das ist nebisch, das ist voll nice... Ah, es scheidet schon... Äh, der war tot, bruh... Hm... Hä, das ist ein geiler... Da muss man halt richtig eklig pushen... ... ... ... ... ... Was ist das? ich wusste eigentlich nicht so wirklich das immer so gut in dem leben die ich habe es immer in Eifert gespielt und ich habe auch da einfach gelb liegen schade ich habe nachgeladen das ist ein bisschen ich muss merkels machen k k k oh ja ui ich bin seit herrn oh ich bin seit herrn ich bin seit herrn oh 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 ja dann würde ich auch sagen ich dieses video beende danke dass ich zugeguckt habe